Ja, sie hört mir. Echt? Dann muss es aber schneller sein. Ja, das habe ich mir bei diesem Teil auch gerade gedacht. So. Ja, denke ich mir auch, aber wo müssen wir jetzt hin? Das ist wohl, du könntest dich verstecken, was? Ja, du bist da weggerannt. Oh, das ist ja Raiders, die sind auch nicht ganz helle, was? Haben wir nur noch einen Förderschuhabschluss. Ach nee, die haben ja keinen Abschluss, einen Politiker. Oh, du auch? Ja, und ich nimm dein Gesicht. So, wo bist du denn? So. Nichts Persönliches. Ich mag dich nur ganz besonders. Oh. Lecker. Ähm, da wird einem gleich appetitlich. Aktivieren. Aktivieren. Okay, ich komme. Okay, ich komme. Da muss ich sterben. Aktivieren. So, schön. Macht mal's Kalpieren hier. Willkommen, wartet mal, ich werde jetzt was machen, speichern, ihr wisst schon warum, gut Einsteiger, das ist trotzdem egal, ich werde sowieso was falsch nehmen, ähm, gesperrt, deswegen lade ich jetzt an, nochmal neu, bestätigen, oh, ähm, dann kann ich das jetzt so lange versuchen, was ist in dem Deckel, so lange versuchen, bis es funktioniert, ja ich mir gut für die neue Arbeit, anständig hacken, innen drin, ja, so, großer Auspuff, ähm, Wo denn? Warum kommt mir mein Kumpel nicht zu Hilfe? War es auch noch ein Häppchen? Na also... Ich habe bestimmt irgendwo eins übersehen, auf Garantie... Na aber wo geht's da dann? Ein legendärer Wilder Ghoul... Das ist ja nicht mal legendär... Warte, hab sie gefunden! Wieder ein Krieg für die Minutemen! Erfüße das Feuer! Ja, äh, quatsch doch mal weniger, mach doch mal mehr! So... Hier ist nichts! Hier können wir wieder raus! Das war echt nichts! Gut! Gut! Ich laufe anscheinend in die richtige Richtung! Jetzt laufe ich anscheinend in die falsche Richtung! Hast du das absichtlich gemacht? Ja! So... 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 Hier ist nicht weiter... Ja, ich muss mir nach oben, wa? Ich werde mal ganz nach oben... Ähm... Ja, ich habe schon ausgezogen... Ja, ich muss mal ganz nach oben... Da, wo ich eigentlich herkam... Da, wo ich eigentlich herkam... So... Ja... Da war doch... Das sieht schon mal besser aus... Äh... Gut... Wahrscheinlich in die Richtung... Ja... War richtig gewesen! Ich musste grad überlegen... Gibt es noch mehrere Gänge... Ist wie gesagt schon vier Jahre her... Wo ich das gespielt habe... Online! Ihre Bestellung! Was ist jetzt mit meiner Bestellung? Vielen Dank für Ihre... Alle... 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 Ihr seid... Bilderdruck... Ich lasse mich mal überraschen... Es sind ja nur 9,40 Euro... Vielleicht reicht das ja aus... Eigentlich hatte ich... ähm... Ich musste mehrfach neu machen... Da war ja was gewesen. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse das mal ankommen, wenn es okay ist, dann nehme ich die hoch. Also die sind ja jetzt nicht, ja, businessmäßig, sondern eher nur privat, wenn man jemand was braucht. Wenn das in Fotoqualität ist, vielleicht reicht das Papier ja aus. 80 Gramm Papier ist ja sowas wie hier. Das hier. Und da muss ich mal gucken, wie weit das ausreicht. Ich bin da. Dann sollen die mal kämpfen. Ach, da ist er. Ja, ich weiß, und ich werde mit dir quatschen. Wow. Ach so, das ist bloß eine kleine, okay. Aber da kann ich mal gucken, nach... Ich brauch dieses, ähm, diese Waffe ja nicht mehr. Impuls-Mine, Institut-Gewehr, ja... Ich bin dein Vater. Ich liebe dich, äh, ich liebe dich. Ich liebe dich, äh, ich liebe dich. Ja, ich bin.